Ist das mit Ton oder ohne Ton? Jetzt macht er auch noch ein Video, hörst du auf? Oliver winkt jetzt auch mal schön. Moment, ich mach bitte so bereit. Lächeln mal. Und hier ist der Steffen, auch ein sehr glücklicher Mitarbeiter. Und der Felix. Und dann. Steck, jetzt lächelst du auch mal für mich? Pardon? Ja, schon, danke. Ja, das ist gut. Nur noch ja sieben Minuten irgendwann. Da hat er wahrscheinlich hier eine komplette Speicherkarte voll gemacht. Ich hab keine Ahnung.